Vielen Dank. Das einen Schritt als Anlaufschritt sozusagen nehmen, genau, drückst den auch, geht schön die Knie, die Arme mitnehmen, gerade bleiben, versuch mal diesen Streckstück, die Arme mitnehmen, gerade hoch, nach vorne zu strecken, ich würde sagen, dass die Arme sind. Die Beinmusikulaturen, die wir nachher noch brauchen, das Streben, wenn die Füße warm werden ist gut. Das ist ein Erbeer.